Hallo und herzlich willkommen bei Folge 14 von Computer sagt Nein und was ihr liebe Hörerinnen und Hörer gar nicht mitbekommen hat, wir sind schon mitten im Thema, wir sind im Thema Höflichkeiten und zwei ganz unhöfliche Subjekte sind heute auch an den Mikrofonen, man hört es schlürfen, das war Christian Adler und ist auch da, einen schönen guten Nachmittag euch. Ja, schönen guten Tag in die Runde, servus Alex, servus Adrian, also ich habe jetzt nur geschlürft, geschlufen, geschlüfelt, wer weiß schon, also ich habe jetzt nur mit Geräusch getrunken, weil der Alex uns gerade eben darauf hingewiesen hat, dass es ein Zeichen der Höflichkeit ist und wenn du schon sagst, es geht heute um Höflichkeit, dann erschließen wir jetzt neue Märkte und gehen damit nach Asien. Mhm, äh, apropos Höflichkeit, ganz kurze Frage, äh, und hallo miteinander, äh, riecht man es? Was hast du wieder getan? Na, ob man es riecht? Ja. Echt? Oh krass, dann war es doch ein wenig zu viel Knoblauch, ich habe gerade eine Pizza mit Schrimps und Knoblauch gegessen und dann habe ich noch Knoblauchöl drüber, weil ich mir gedacht habe, hey, also das mit den Masken fand ich schon keine schlechte Idee, mal schauen, ob das irgendwie, die Distanz größer wird. Also ich würde jetzt auch nicht empfehlen, dass du eine Maske aufsetzt, weil du, glaube ich, in deinem eigenen Atem einfach eingehst jetzt, aber, äh, hey, ich bin froh, dass noch nicht die Geruchstelefonie erfunden wurde, sondern dass es einfach noch im Entwicklungsstadion ist, sonst, huiuiuiuiui, und wir hätten keine Hörer mehr, ich glaube auch, das wäre ein Problem. Ja, könnte sein, könnte sein, wir sollten, äh, wir sollten, äh, definitiv mal über eine Live-Folge nachdenken, die wir dann in einem Zirkus Krone machen, ich stelle mir das so vor, dass wir vorne einfach, ähm, einen schönen, schönen Tisch aufstellen mit drei Mikrofone und, äh, die Zirkus Krone einfach füllen mit unseren Familien oder so, ähm, und dann können wir uns da unterhalten und dann können wir auch so Knoblauch-Experimente machen, das finde ich super. Christian und seine Großfamilie, Experimente ist gut, es gab, es gab, es gab bei mir im Master einen Dozenten, einen Psychologiedozenten, das fand ich total interessant, der hat in der... Er war zufällig Vampir. Nee, also ich weiß es nicht, ich habe abends meistens studiert, keine Ahnung, äh, an den Wochenenden morgens habe ich ihn nie gesehen. Sie sehen sehr lecker aus. Nein, der hat Experimente immer mit den, mit den armen anderen Studierenden gemacht, der hat dann immer, äh... Aber nur mit den anderen. Mit den, also mit uns weiß ich es nicht, aber der hat zum Beispiel dann, äh, hohe Sounds in die Räume reingespielt oder mit dem Licht gespielt oder komische Gerüche ausgesetzt, um zu gucken, ob olfaktorisch da irgendwas passiert. Als er es uns gesagt hat, dachte ich mir, A, darf der das? Und B, hä? Ja, wir sind naheliegend. Ja, also, ich kann zum Thema Gerüche und olfaktorisch und so weiter, also ich kann dir sagen, wenn man da Gerüche aussetzt, das führt schon zu Reaktionen. Kommt drauf an, welche Gerüche. Manchmal, ich sage mal, ist das ein auditives Erlebnis, wenn es visuell wird, dann ist es schlimm. Was, Gerüche sind ein auditives Erlebnis? Ah, Alter. Ja, okay, mit dem Niveau und mit den Höflichkeiten, wir bleiben beim Thema, das finde ich wunderschön. Wunderschön, äh, es wird nicht besser. Und ich glaube aber, nach 14 Folgen haben sich die Hörerinnen und Hörer ein bisschen an uns gewöhnt, das hoffe ich zumindest. Ja, äh, apropos, äh, für den Arsch und Technik, äh, ich hatte vor kurzem, äh, genauer genommen, genau gestern, äh, einen, na vorgestern tatsächlich, vorgestern, macht's, äh, auf der Autobahn, während ich gefahren bin, ja, so 19 Uhr, jetzt ist ja auch schon wieder früher finster, gell, und kälter als draußen. Scherz am Rande. Na, macht's auf einmal, puff, so, rechter Hinterreifen, kaputt, flumm, 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 ich fahre an den Seitenstreifen, bin natürlich, sage und schreibe, 200 Meter gerade an der Ausfahrt vorbei, stehe also auf der Autobahnbrücke für die geneigten Kennerinnen und Kenner auf der Sinzinger Autobahnbrücke über die wunderschöne Donau, wo du ja siehst in der Nacht zwar auch nix, aber du siehst die heranrasenden LKW. Ist nicht richtig schön, macht auch nicht richtig viel Spaß. So, dann also meine goldene ADAC-Karte gezückt, von denen wir offenkundig nicht gesponsert werden, und dachte mir, so, da rufe ich jetzt mal an, und, äh, dann, ja, klingelt's so ein bisschen, und dann kommt so eine freundliche Stimme, ADAC, äh, hier, bla, 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 Stelle so und so, und ich dachte mir, super, hey, cool, wollt grad loslegen, um zu erklären, was los ist, sagt die Stimme zu mir, gerade sind alle Leitungen belegt, rufen Sie bitte zu einem späteren Zeitpunkt wieder an. So, geil, schöne Idee, gell, eigentlich eine schöne Idee, ich habe ein Problem, aber ich darf es nicht nennen. So, dann hat die freundliche Stimme weitergesprochen. Der ADAC hat jetzt ein Online-Tool, wo du auf der Autobahn um und anstehen kannst, und mit dem Handy in der finsteren Nacht, während du fast überfahren wirst, online melden kannst, dass du eine Panne hast. Ist ja erst einmal interessant und innovativ. So in der Theorie, ja. Dann habe ich angefangen, gell, also das offenkundig, äh, glaube ich, hat mir da sehr viel wissenschaftliches Know-how eingesetzt, weil du kannst erst einmal aus so gefühlten 711-Kategorien auswählen, was denn passiert ist, ja, also... Mein Auto brennt. Ah, ah, okay, ist nicht nötig, ne? Also, du scrollst halt da erst einmal so durch, ne, schaust ein bisschen nach, was kann passiert sein, ja, Crash mit irgendeinem Tier, dann gibt es wahrscheinlich Unterkategorien, sehr großes Tier, sehr kleines Tier, mittelgroßes Tier, unsichtbares Tier, äh, fantastisches Tier, was auch immer, ja, kannst alles auswählen. So, und dann dachte ich mir, na ja, gut, soweit, so gut, ne, die müssen ja erst einmal einschätzen können, dann kannst du auswählen, was ist es für, was ist es für Auto, was hat es Auto für Farbe, was ist es für Baureihe, äh, und so weiter und so fort, also, äh, da wird nur gerade gefragt, ob jetzt da ein 5- oder 7-Sitzer ist und ob es die Coupé-Variante oder sonst was ist, ganz ehrlich, ich habe ein Problem, und ich mir, also, sollte einfach geholfen werden, das wäre schön, äh, stattdessen darf ich erst einmal ein Formular ausfüllen, und ich dachte mir, hey... Also, dass du ein Problem hast und dass du Hilfe brauchst, stimmt. Ja, das stimmt, so, und ich dachte mir auf jeden Fall, hey, welcome to Germany, das ist Digitalisierung, wie es wir machen, wir füllen halt einen Zettel aus, aber digital. Aber ich wollte auch gerade sagen, eigentlich muss dir das doch liegen, Briefe ausfüllen, Sachen ausfüllen, das ist doch super. Voll, das muss genau der Ding sein, aber stell dir mal vor, ähm, stell dir mal vor, ähm, stell dir mal vor, das wäre jetzt so ein Telefonmenü gewesen, durch das man dich schubst, also die finde ich ja immer super, wenn du als erstes, als erstes aufgeklärt wirst mit Datenschutz, erst mal die halbe Datenschutzerklärung vorgelesen, und dann kannst du auswählen, was du gerne hättest, ähm, da kommen dann 17 bis 34 Optionen, bei denen du dann merken sollst, ja, wohin du willst, und dann hast du es gefunden, ne, und dann bricht die Leitung zusammen. Ja, nicht unwahrscheinlich. Oder du kämpfst dich durch, bist dann tatsächlich dran und wartest, und das heißt, ihre Wartedauer beträgt noch 30 Sekunden. Ihre Wartedauer beträgt noch 30 Sekunden. Bitte versuchen Sie es zu einem anderen Zeitpunkt. Tüt, tüt, tüt. Aber ich habe da noch eine Nachfrage, weil mir, als du das gerade erzählt hast, dachte ich mir, boah, das ist schon heftig. Und wir sind ja ein Infotainment-Podcast, kann man zumindest mal behaupten. Bam. Das war sie, die Sammelche hier. Ja, guck, Zimmer. Wie verhält man sich, oder wie hast du dich verhalten, als der Reifen geplatzt ist? Ich stelle mir das so ein bisschen so aller Final-Destination-Horror-Szenario vor, so der Reifen fliegt noch weg, rammt noch so den nächsten Passanten 300 Meter mit um, und wie verhält man sich in so einer Situation? Was hast du gemacht? Wie waren deine ersten Gedanken außer, oh Scheiße? Also, ich sage mal, meine übliche Lösungsstrategie, Hände über dem Kopf zusammenschlagen, im Kreis laufen, laut Scheiße schreien hat nicht funktioniert. Dementsprechend habe ich mich dann doch für an den Rand fahren, stehbleiben, Warmblinkanlage, Weste, Warndreieck. Das Warndreieck soll man übrigens in der dreifachen Entfernung der dort gefahrenen Geschwindigkeit aufstellen. Also, relativ weit weg, nicht zu nah am Auto, fand ich einen interessanten Hinweis. Ich bin dann erst einmal eine Viertelstunde spazieren gegangen. Und, ja, also das war so meine Reaktion. Ich muss jetzt zugeben, es war nicht so dramatisch, wie sich das anhört. Also, ich bin jetzt da keine Schlangenlinien gefahren, ich habe nicht noch, keine Ahnung, fünf Rehe, zwei Wildschweine mitgenommen, ne, und vielleicht war es gut gewesen. Wer weiß, wie lange, dass man da wartet. Du bist wahrscheinlich mit deinem Sportwagen auch noch unter so einem Lastwagen durch, ne? Also, der Sportwagen war dann in dem Fall kein Sportwagen, sondern der zwölf Jahre alte Touran von meinem Dad, aber ist ja auch ein Sportwagen, weißt du, also 17 PS oder so. Sportwagen ist immer Definitionssache. Zum Warndreieck habe ich aber mal ein super interessantes Bild gesehen. Und zwar, vielleicht kennt ihr das auch, oder vielleicht kennst du ein oder andere Hörer auch, es gab einmal einen Fall von jemandem, der hatte, ich glaube, es war in Amerika, auch einen Unfall und der hatte kein Warndreieck im Kofferraum, wäre in Deutschland undenkbar. Und der hat dann eine Schale mit Äpfeln einfach auf die Entfernung weggestellt, ist auch rot und fällt auf. Da stand dann so eine Obstschale auf dem Seitenstreifen, so nach dem Motto, Vorsicht, Gefahr, Apfel. Mega gut, mega gute Idee. Ich bin vor kurzem tatsächlich zu einer Panne gestoßen, da hatte ein junger Fahrer eine Panne mitten im Wald, die bin dann stehen geblieben, weil er keinen Empfang mehr hatte. Und er hat einfach das Auto wirklich voll auf der Fahrbahn stehen lassen. Das war super gefährlich, nach einer Kurve, um die man relativ zügig rumkommt, einfach mitten da, Warndreieck, 10 Meter hinter dem Auto ungefähr. Und dann habe ich gedacht, da muss man jetzt helfen. Und dann ist ja irgendjemand anders, hatte ich dann schon aus dem Wald rausgefahren, dass ich eine Hilfe anrufen kann. Dann habe ich gesagt, wir müssen das Auto von der Straße wegbringen. Dann habe ich gesagt, was passiert, wenn du das, also, ist das kaputt, das Auto? Was passiert denn, wenn es das anlässt? Ja, geht nicht mehr. Ja, was passiert, wenn es das anlässt? Ja, keine Ahnung, habe ich nicht ausprobiert. Okay, probieren wir es. Lass das Ding an, das Auto läuft. Sag ich, was passiert denn, wenn du einen Gang reinrührst, einen Rückwärtsgang, damit wir es rückwärts von der Straße wegbringen? Ja, weiß ich nicht, habe ich nicht ausprobiert. Ich habe gesagt, versuch es mal. Ist das Ding rückwärts gefahren? Nein. Dann hat er sich leicht verlenkt. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt schauen wir, was passiert, wenn du einen Vorwärtsgang reinrührst. Dann hat er seinen Vorwärtsgang eingelegt und das Auto ist vorwärts gefahren. Was genau war jetzt die Panne? Man weiß es nicht. Ich habe mir jetzt gedacht, okay, eigentlich sollte er jetzt mit seinem Auto ganz langsam, so schnell es halt geht, irgendwie aus dem Wald rausfahren oder irgendwo sicher zu parken. Aber wir haben dann einen Feldweg gefunden und ich dachte, das ist wahrscheinlich eine gute Lessons learned für ihn. Und dann habe ich mir gedacht, der soll mir da im Wald warten. Also das Auto hat scheinbar funktioniert, aber er fand es wohl gut, da auf der Straße stehen zu bleiben und sich Hilfe zu holen. Manchmal ist es einfach menschliches Versergen oder er wollte einfach Freunde finden und hat daher angehalten und hat gehofft, dass jemand anhält und ihm hilft. Ja. Das war wieder die klassische Strategie. Haben Sie schon den NF-Knopf gedrückt? Weltklasse. Weltklasse. Altes Auto leider, kein On-Off-Knopf. Schade. Warum? Adrian, kann man eigentlich auf drei Rädern auch weiterfahren? Also das Interessante ist tatsächlich, also das Auto ist schon wieder zurück, es sind schon neue Reifen drauf, du musst dann zwei Reifen austauschen. Zumindest dachte die Werkstatt, dass das eine gute Idee ist. Da muss ich natürlich als Werkstatt auch denken. Aber auf jeden Fall, tatsächlich, also ich bin bestimmt, ich sage mal 100 Meter oder sowas vielleicht noch gefahren. Das sind meine Einschätzungen vielleicht auch nicht ganz richtig. Also das ist so ein typisch männliches Problem, wenn es um, sagen wir mal, Entfernungen oder Strecken geht. Aber er hat gesagt, na du, alles gut, wir machen Reifen drauf, der Felge fehlt nichts. Also ja, man kann ein Stück fahren, man muss sich keine großen Sorgen machen. Wichtig ist halt Ruhe bewahren, an den Rand fahren, Hilfe holen, erst einmal Unfallstelle sichern, Hilfe aktivieren und weiter. Und egal was passiert ist, wen anrufen, der einem hilft, das ist immer eine gute Idee. Nur nicht den ADAC. Jein, also ich muss zugeben, ich war dann Brio 1. Ich bin dann eh schon nach, ich sage mal, ungefähr 45 Minuten von der Straße geholt worden. Das ist jetzt verhältnismäßig kurz. Ja, glaubt mir jetzt nicht ganz, aber das ist sehr kurz. Wieso hast du in dem Formular dann gelogen, das du ausgefüllt hast? Hast du dann gesagt, hier sind 500 Autos involviert oder ein Drache steht auf meiner Motorhaube? Schwangere Frauenbeifahrersitz. Schwangere Frauenbeifahrersitz. Also ich muss zugeben, ich habe bei dem Formular aufgeben, ich habe irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Da hättest du wirklich, also, dass nicht noch keine Ahnung, bevorzugtes Lebensmittel angibst oder sonst was oder Allergie oder Unverträglichkeit. Ich habe irgendwann aufgeben und habe einfach ein bisschen gewartet und die Nummer nochmal angerufen. Dann nach dem zweiten, dritten Mal ist auch wirklich jemand dann rangegangen. Die haben mir auch geholfen, also bevor wir jetzt da irgendwie mit einer großen Klage überschüttet wären. Nein, mir wurde dann schon geholfen. Sowieso noch, wie gesagt, nach 45 Minuten sowieso. Ach so. Einen Funfact gab es noch. Ich stand ja da auf der Autobahnbrücke, gell? Jetzt pass auf. Wie kommt man da weg von der Autobahnbrücke? Runterfahren? Man holt sein Einrad aus dem Kofferraum und fährt davon. Aha. Und mit was fährst du? Also Alex, du fährst mit dem Einrad. Okay. Und Christian, mit was fährst du? Ja, mit dem ADAC. Aha. Witzig. Der hat nämlich zu mir gesagt, er macht eine Ausnahme. Er hilft mir jetzt von da wegzukommen. Ich darf nur dann mal genau sagen, wie. Aber er hat gesagt, er darf niemanden mitnehmen. Oh. Die dürfen das nicht. Ja, wie komme ich denn jetzt von da weg? Darfst du denn im Auto sitzen bleiben? Nein, nein, nix, nada. Ich darf nicht in dem abgeschleppten Auto sitzen bleiben und er darf mich nicht ins Auto reinlassen und mich befördern. Er hat keine Personenbeförderungsberechtigung, was auch immer. Daran erinnere ich mich. Das war seltsam. Als mein erstes Auto auch liegen geblieben ist und da für immer den Geist ausgehaucht hat, da wurde es auch abgeschleppt. Und ich dachte auch, kann ich mitfahren? Soll ich gucken? Nein, nein, wir schleppen es dahin. Es war irgendwo im Wirt, wirklich, weil es am Abend war, irgendwo weit außerhalb von München. Ja, nein, nein, wir schleppen das dahin. Da und da steht es dann. Ich saß da und dachte mir, wie komme ich an dieses Ende der Welt ohne Auto, um das Auto wieder zu besuchen? Ich meine, es war dann eh der Abschiedsbesuch, aber das war auch interessant. Du bist da doch ein bisschen gefangen. Also jetzt bleibt eine ganze Reihe an Fragen übrig oder Beiträgen, die ich jetzt noch leisten wollte. Also zum einen wollte ich natürlich sagen, bei so Telefon-Hotlines, die immer irgendwas fragen und man muss irgendwas sagen, damit man dann weitervermittelt werden kann. Meine Strategie ist immer, immer verschiedene Pizzan, also Pizzagestaltungsformen reinzurufen. Also ich starte da immer irgendwie Margherita, Quattro Statione, antworte ich immer. Das ist für mich, zumindest meinem Eindruck nach, der schnellste Weg, um tatsächlich mit jemandem sprechen zu können, weil das System nicht versteht. Nein, ein Wahnsinniger am anderen Ende schnell. Ja, genau. Ihr Quattro Stationi hat also am Piccolo ein Fungi. Oje, oje. Sehr gut. Ein schönes Bild. Dann zweite Frage, ganz was Verrücktes. Adrian, was war denn mit dem Ersatzreifen? Nee, gibt es ja nicht mehr. Also ganz wenige Autos haben mittlerweile noch einen Ersatzreifen, sonst hätte ich natürlich jetzt da vielleicht in der Finstern auch angefangen zu pumpen und irgendwas hinzuschrauben. Ich sage mal, einen Reifen wechseln kann ich. Du hast gesagt, du hast so ein Dinosaurier. So wie Hände bin ich noch. Aber selbst da war schon so ein Kompressor drin. Ich habe dann auch den vom ADAC gefragt, der soll ich diesen Kompressor benutzen. Er hat gesagt, nein, vergiss, das funktioniert nicht. Irgendwie ein nicht ganz erfreuliches Feedback. Ich habe auch nur so einen Schaum drin, der dann angeblich den Reifen wieder aufpumpt, damit ich noch mal so 50 Kilometer weiterfahren kann. Also Ersatzreifen, nee, irgendwie nicht. Allerdings, wenn ich ans alte Auto wieder denke, da war der Ersatzreifen unter dem Auto. Ich glaube, das konnte ich auch nicht so gut bekommen, dass er die ganze Zeit jedem Wind und Wetter ausgesetzt war. Vor allem hol den mal raus. Hol den mal raus. Wenn das Ding zehn Jahre da unten eingerostet ist, viel Spaß. Von was genau sprichst du jetzt eigentlich gerade? Letzte Frage. Du hast uns doch gestern, gestern, ja genau, du hast uns doch in der letzten Folge kundgetan, dass deine zukünftige ein Abschleppunternehmen daheim hat. Konntet ihr das jetzt nicht irgendwie familienintern lösen? Was ist da los? Ja, 200 Kilometer Strecke, da bist du halt selbst mit einem Abschleppauto ein bisschen unterwegs. Also natürlich können die fliegen und beamen, aber selbst dann bist du ein bisschen unterwegs, bis die 200 Kilometer hinter dir hörst. Ah, verstehe. Auf der Sinsingerbrücke ist kein Beam-Landeplatz. Verflucht, wieder daneben gebeamt. Ah, Adrian, gib doch endlich mal die richtigen Koordinaten an. Wollte gerade sagen, also dann gehst du halt im wahrsten Sinne das Wort des Baden. Also übrigens an der Stelle muss ich was loswerden. Vielen Dank an den lieben Stefan. Du machst erstens einen super Honig und zweitens hast du mir ganz gut zugehört, als ich dir mein Herz ausgeschüttet habe, dass mein Autoreifen geplatzt ist. Also ganz eine tolle Kundschaft, macht einen super Honig, kommt aus Regensburg. Liebe Grüße gehen an der Stelle raus. Wir sagen auch danke, dass du ihm zugehört hast. Nicht, dass er dann von Pizza mit dem ADAC gesprochen hat. Das wäre auch nicht gut gewesen. Sagen wir es mal so, Stefan, du hast uns den Adrian zurückgebracht. Danke dafür. Stimmt zwar nicht ganz, aber es klingt sehr viel theatralischer. Moralisch. Moralisch. Jetzt haben wir noch die Frage, hat der Stefan für dich denn so einen Honigbonbon gehabt? Nee, der hat tatsächlich ein Glas Honig mitgebracht. Stell dir das mal vor. Das ist nett. Nicht schlecht, oder? Jedenfalls zücke ich den Stift. Lieber ADAC, der Brief geht in dem Moment an euch raus. Also macht euch drauf gefasst. Gerne auch mit Hinweis und Link zu unserer Folge, da könntest du es euch nochmal live anhören. Musst du doch gar nicht machen, die haben doch ein Formular dafür. Du hast doch gesagt, die haben dir geholfen. Ja, man darfst ja trotzdem beschweren. Man darfst ja doch einfach mal so beschweren. Da kann auch ein Dankesbrief rausgehen. Undankbare Nation. Undankbare Nation trifft es gut. Ja gut, Dankesbrief, sowas kennt Adrian nicht. Beschwerdebrief, selbst wenn auch an Stefan einfach Beschwerdebrief, weil Dankesbrief, nee. Ich kann da reinschreiben, danke, aber. Beschwerdebrief an Stefan, weil er hätte auch zwei Gläser Honig bringen können. Danke für nichts. naja, sagen wir, eine Halbglas Honig gebracht, stimmt. Hat er unterwegs eins gegessen, so die Hälfte? Na, das eine ist offensichtlich beim Washington Eingang in die West Side, genau. Das letzte halbe Glas brauchen die Bienen für über den Winter. Leute, wart ihr schon mal in der Tapas Bar? Oh ja, ich liebe Tapas. Tapas ist cool, oder? Ich glaube, ich war da schon mal. In der grünen, glaube ich. In der grünen Tapas Bar? Ja. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich überlege gerade verzweifelt, ob ich schon mal in der Tapas Bar war. Ich weiß nicht. Wir waren schon vor einer Woche oder vor eineinhalb Wochen mal in der Tapas Bar und es ist tatsächlich sehr cool. Also die Bodega Dalí, nicht gesponsert, aber in München super leckeres Essen, super schöne, schönes Ambiente, bisschen dunkel. Ich fand da eins interessant. Tapas, für die Hörer und Hörer, die es nicht kennen, spanische, kleine Spezialitäten, die man bestellt, meistens in rauen und Unmengen, um einfach dann sehr, 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 sehr viel davon zu essen und am Wochenende nicht zu empfehlen oder auch an Freitagen, weil die Dinger sind dann einfach mal spontan komplett ausgebucht und du darfst da maximal eineinhalb oder zwei Stunden bleiben. War auch bei uns der Fall an sich ja kein Problem und man sagt sich als Gast ja auch immer, naja, dann bleibe ich halt länger, was soll sie tun? Und da fand ich was Interessantes. Man redet ja immer so, wir hatten es vorhin auch beim Auto von der Geschichte, die du erzählt hast, Christian, so vielleicht doch eher vom menschlichen Versagen statt vom technischen. Bei unserer Tapas-Bar dachte ich, das war dann schon ein bisschen Absicht. Ich meine, die hatten schon ein kleines Gerät, wo sie auch die Bestellung drin hatten, trotzdem zur Bestellung kamen sie mit einem Zettel und hat alles händisch draufgeschrieben und da dann halt einfach mal so drei, vier, fünf Tapas-Gerichte vergessen. Was gut war, weil damit waren wir pünktlich fertig. Das heißt, meine Überlegung seitdem ist, war es eine Wahl, die Technologie, die existiert hat, zu ignorieren, um damit die Leute loszuwerden, indem ich dann einfach sage, okay, das da braucht länger und dafür werden sie für ewig und wenn ich dem Brot gebe, dann ist das auch blöd. Lass mal vergessen, dann gehen sie zumindest nach zwei Stunden wieder. Das ist cool, ich glaube, das nennt man Human Engineering. Das ist aber schon ziemlich smart, muss man sagen. Also das ist schon Respekt. Weil wir waren wirklich on point fertig. Da war dann nichts mehr da. Ein Gericht wollte ich noch haben, das haben sie noch gebracht, weil da habe ich Wert draufgelegt. Beim Rest hat es dir gedacht, eigentlich bin ich jetzt das ist eh schon satt. Die ganze Zeit sitzt du ja auch da und denkst so, ach, das kommt schon noch, das kommt schon noch, Infrax nach, kommt das noch? System, plötzlich, das technische Gerät rausgezogen, ach nö, das habe ich bei euch hier nicht stehen. Vielleicht hat sie ja in den Zettel getippt, also er oder sie. Und das fand ich interessant. Vielleicht hat sie ja gedacht, die haben schon so viel bestellt, es muss für die nächsten Arsch reichen. Das haben dann einfach die nach euch bekommen. Habt ihr es zahlt? Ich meine, das ist jetzt eine typisch deutsche Frage, habt ihr es zahlt? Nee, Gott sei Dank nicht. By the way, wann gehen wir zum verrückten Eismacher? Oh, stimmt. Hast du Hutmacher gesagt? Eismacher, Hutmacher haben wir gedacht, glaube ich. Ich habe den, ich kann mir immer noch gern machen, ich glaube nicht, dass er uns einladen wird, momentan habe ich das Gefühl. Nebenbei, liebe Hörer und Hörer, was ihr gemerkt habt, wir meckern und lästern die ganze Zeit über Leute, ihr könnt dafür sorgen, dass das stoppt. Das heißt, wenn ihr beim ADAC oder bei der Tapasbar oder beim verrückten Eismacher seid, ihr könnt uns zwingen aufzuhören, indem ihr uns sponsert. Dann sind wir nett. Sonst ist diese andere Art von Erpressung diese nette Erpressung. Diese nette Erpressung, ich glaube, das ist eine neue Kategorie. Benevolente Erpressung ist das. Ihr wisst doch, wie der alte Witz geht. bei den Straßenmusikern, wo er dann 5 Euro oder 10 Euro bekommt und fragt, oh, wofür das? Dass sie aufhören. Nee, kenne ich nicht. Ist bei uns ähnlich. Ich kenne nur diese Witze, was sagt diese Rockmusiker und Jazzmusiker Witze? Die habe ich schon mal eingebracht. Nee, aber die... Also, mein Lieblingswitz Jazz und Popmusiker oder Rockmusiker ist natürlich, was sagt der Rockmusiker zum Jazzmusiker? Zum Bahnhof, bitte. Ja, ist gut. Ich habe den Witz schon mal erzählt, aber ist immer noch gut. Was haben wir Handgranaten und der Ben Show gemeinsam? In deinem Zusammenhang, wenn man es hört, ist es zu spät. Richtig, das ist der Witz. Just in dem Moment fällt mir ein, dass ich meine tatsächlich auch noch mal erzählt habe. Wir sind tatsächlich wie der Podcaster immer die eigenen Witze wiederholen. Das ist super. Er wiederholt die Geschichten immer wiederholt, die Storys immer. Ja, dann lass uns was Neues reinbringen. Haben wir den neuen Elon? Nee, kein Elon, aber ich habe einen Steve Jobs mitgebracht. Das ist mal was Altes. Ah. Ja, das ist tatsächlich was Altes. Doch, der ist schon hier. Der ist hier, aber ich habe heute einen sehr interessanten Artikel darüber gelesen und zwar, was er rausgebracht hat. Wenn wir jetzt mal die letzten paar Monate, so Anfang 2020 zurückdenken, so März 2020, was hat seitdem wirklich, wirklich, wirklich überhand genommen. Außer Masken. Corona. Auch das? Stoff. Ich weiß, wo es hingeht. Nein. Videotelefonie. Wir machen seitdem sehr, 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 sehr viel mehr mit Videos. Stimmt. Und ich fand, ich finde eins total interessant. Der Artikel, den habe ich vorhin gelesen, den fand ich echt super. 1993, zumindest so wird es datiert, hat Steve Jobs ein Gerät veröffentlicht, welches Videokonferenzen ermöglicht. Das sah ungefähr so aus wie so ein uralter Gameboy unten und oben war so eine Kamera, die wahrscheinlich so eine Briefmarkengröße ein Bild produziert hätte. Hat sich überhaupt nicht durchgesetzt, aber Apple hat einen Videokonferenz-Tool 1993 rausgebracht, das momentan versteigert wird und der Wert zwischen 7.000 und 10.000 Dollar geschätzt wird. Ich finde das total lustig. Dieses eine Gerät, dieser eine Prototyp, ich finde das total lustig. Das ist richtig gut. Also ich bin ja Apple sehr zugeneigt, kann man an dem Punkt mal sagen. Ich habe mir letzte Woche dieses Apple-Event angeschaut. Also es ist schon ziemlich geil, wie die das aufziehen. Also das ist schon ein Sitz-Tool davor. Ein sehr guter Freund von mir, hat sich das einfach nur aus Spaß und Freude angeschaut und hat sich dann einfach, weil es so schön war, an den Computer bestellt. Das ist immer noch eine super Geschichte. Wenn er sich das aus Spaß und Freude angeschaut hat, warum hast du es dir angeschaut? Hat die ihm eine Waffe im Kopf gehalten? Wurdest du gezwungen? Nee, ich wollte mal anschauen, was für die neuen Dinger sind und habe auf die Veröffentlichung von den neuen Produkten gewartet, weil ich mir gedacht habe, da müsste doch was kommen. Aber denn ihre Augmented Reality-Brille war immer noch nicht drin, oder? Ich glaube nicht. Also ich habe nicht die komplette Show gesehen, aber ich glaube nicht. Wenn wir schon bei Apple sind, dann mal so eine Zwischenfrage. Habt ihr schon das neueste Produkt von Apple kennenlernen können? Nein. Welches? Ihr dürft raten. Es ist flach und weiß. Ein Mac. Und flauschig. Okay, das Flauschig hat mich jetzt runtergebracht. Ich hätte Macbook gesagt, aber das neueste Produkt von Apple ist. Oder es ist flauschig. Habt ihr das echt noch nicht mitbekommen? Nee. Das geht gerade durch alle Medien und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das jetzt nicht einfach die größte Zeitungsente aller Zeiten ist. Es klingt auf jeden Fall so. Ich bin mir relativ sicher. Apple hat angeblich den Eilappen veröffentlicht. Und der ist jetzt bestellbar für 25 Euro. Den gibt's? Ja, ja. Doch, doch. Den hab ich gesehen. Den hab ich gesehen. Du kannst mir 25 Euro einen Lappen kaufen, um deine Geräte zu putzen. Sensationell. Hab ich meiner Frau erzählt. Ich hab mich echt wegschmissen. Wahnsinn. Oh Gott, das erinnert mich an alte, alte, alte College-Humor-Videos zurück. So nach dem Motto We're presenting the eye rack. Was ist it? It's just a rack. Also ein Regal für die, die das Englische nicht zu mächtig sind. Oder we present the eye. Oh, what does it do? It does nothing. But it's round and you can roll it around. Um Gottes Willen. Den Eilappen. Ja, Eilappen. Ich weiß ja, wie heißt das dann eigentlich auf Englisch? Also heißt das Ding wirklich Eilappen? Nee, oder? Das wäre ein bisschen seltsam für ein deutsches Wort. Ich hab keine Ahnung. Ich find's auch nicht wirklich, aber wirklich auf allen Seiten, die man so kennt, die man vielleicht irgendwie so liest, ja, irgendwie Gretchens, ähm, Lappenblock oder so zum Beispiel, der überall wird von diesem Eilappen irgendwie berichtet. Ich bin mir nicht, bin mir nicht sicher, ob's das Ding nicht wirklich gibt. Also, das ist, das ist ja verrückt. Also, Lappen denke ich trotzdem nicht, dass es heißt. Ich weiß, die Amerikaner lieben deutsche Worte. Man gedenkt dem Kindergarten, dem Rucksack, dem Zeitgeist, aber ich glaub nicht, dass ein Amerikaner irgendwo da saß und dachte, oh ja, Lappen, it's a very nice word. Let's use Lappen von now on. Was zum Teufel? Der Eilappen. Ja, ja, doch, doch, aber den gibt's, den gibt's definitiv. Pass mal auf, ich schau gerade parallel. Ich schau auch gerade, aber da steht auch Eilappen und das macht mich... Nee, das heißt Poliertuch. Das heißt einfach nur Poliertuch. Ei, Poliertuch klingt richtig doof. Das Poliertuch... Nein, ohne Ei. Nur Poliertuch. Poliertuch. Das Poliertuch ist aus einem weichen, abriebfreien Material und reinigt jedes Apple-Display schonend und gründlich. Um Gottes Willen, ich hab's hier auch, das muss noch ein Witz sein. Ich hab gerade einen Post gesehen, ich hoffe tatsächlich, das ist ein Hoax. Poliertuch, Poliertuch Pro und Poliertuch Pro Max. Ab 25 Euro, 49 Euro und 90 Euro. Nee, das ist ein Joke, ne? Pass auf, da klingel ich die Kasse. Ein Lappen für 25 Euro, ja, nicht schlecht. Also, sagen wir es mal so und bitte, liebe Hörer und Hörer und auch du, Christian, als Apple-Fan versteht mich nicht falsch, aber ich weiß, ihr würdet's kaufen. Das weiß ich. Wer sagt würde? Du hast schon gekauft. Also, ich lese hier auch gerade, Apple Poliertuch bis Dezember ausverkauft. Christian, was ist nix abgegeben? Aber der Punkt, also der Punkt, die machen das wirklich, wirklich richtig grandios. Also, du startest da ja zum Beispiel, zum Beispiel mit, sei es beim Handy oder Mac oder MacBook oder was auch immer. Du stellst dir das zusammen und dann kannst du nochmal irgendwie CPU aufstocken und dann denkst du, okay, jetzt kostet das Ding irgendwie schon 2000 Euro. dann kann ich mir jetzt auch noch die größere CPU für irgendwie 200 Euro mehr drauflegen. Und dann, ja, aber warte kurz und dann bist du im Schritt und dann denkst du, okay, gut, aber jetzt die GPU noch hochschrauben, kostet irgendwie 40 Euro. Das nehme ich jetzt auch noch mit. Ist ja wurscht. Und dann geht's drum, Netzteil. Und dann sagst du, okay, jetzt sind 20 Euro auch schon wurscht. Und dann klickst du dich so durch und dann sagst du fertig. Okay, und jetzt brauchst du irgendwas dazu. Und dann kommt zum Schluss so, ah ja, jetzt noch, jetzt gibt's noch Poliertuch für 25 Euro, um das genau für dieses Display passt. Und dann, dann diesen Gedanken, in dem man dann super schnell ist und sagt, okay, jetzt kauf ich mir für 2500 Euro ein Display. Dann sollt ihr vielleicht auch für 25 Euro nicht an dem Tuch sparen, um es perfekt zu pflegen. Weißt du, was ich meine? Also das machen die schon super intelligent. Das Poliertuch muss man natürlich dann auch aufbewahren. Also da gibt's dann noch eine Poliertuch Ei-Aufbewahrungsbox. Ja. Und dann gibt's wahrscheinlich ein Ei-Poliertuch Aufbewahrungsbox-Rack, wo man die Poliertuch Aufbewahrungsbox dann reinstellen kann, dass die auch schön ausschaut. Ja klar, what else? Ich hab jetzt, ich muss das jetzt nachfragen, weil für mich ist, ich verstehe die Idee, aber es ist irgendwie so völlig, völlig doof. Apple war doch damals komplett in der Kritik, weil sie diesen Monitor-Ständer veröffentlicht haben, diesen Pro-Stand, wo du einfach deinen blöden Monitor festhängen kannst, um ihn mal hochkant oder horizontal oder vertikal darzustellen. Das Ding kostet, ich hab's grad gegoogelt, 1099 Euro, damit du mit einem blöden, es ist ein Ständer, es ist ein Stück Plastik, an den du einen Monitor hängen kannst, mit einem Magnet dran, damit du ihn drehen kannst. Dafür kann ich mir 500 Monitore und einen gekurvten kaufen. Und jetzt, welcher Produktdesigner dachte sich dann, ey, die fanden den Eis-Stand schon so abstrus, lass mal einen Lappen rausbringen. Ja, aber ganz... Welcher Lappen war denn das? Aber ganz ehrlich, also ich mein, das Problem ist doch nicht das Unternehmen, das es veröffentlicht, sondern die Kunden, die es kaufen. 1099 Euro für einen Monitor-Ständer. Ja, aber der ist von Apple, der wird schon gut sein. Ja, sehr teurer Ständer. Das Ding ist aus Metall, ich weiß ja nicht, ob ein Apple-Bildschirm auf einem Birnenständer passt. Oh. Also man kann jetzt echt sagen, was man will, aber was halt schon geil ist bei den Sachen, wenn du irgendwie schlüssig im Apple-Produkt, Produkthagel unterwegs bist, sag ich jetzt mal so, die Dinger, die funktionieren schon richtig gut miteinander und machen einfach Spaß. Und das lassen sie sich halt auch bezahlen. Ich mein, das ist ja fair enough, das ist verdient, sollen sie machen. Ich kriege aber immer den Hinweis, dass unser Podcast Spaß macht, aber mir bezahlt auch keiner. Ach so. Oh. Entschuldigung. Wie hat sich bezahlt? Hätten wir das teilen sollen? Alex und ich haben mal überlegt, dass es zu wenig ist für drei. Für zwei ist okay. Wir bezahlen dich mit unserer Freundschaft, die du immer wieder kündigst, weil sie dir hoffentlich nicht wert ist. Herzlichen Glückwunsch her. Ich kann euch eigentlich auch ein Formular machen, wo du das dann selber machen könnt. Himmel auch schon. Ich habe immer überlegt, also wer von uns hat ein Haus? Wer ist der reichste von uns? Das ist schon wahr. Ja, ganz einfach. Reich. Ja, reich. Ich bin arbeitsreich, steinreich, holzreich. Ein reich an Papier für Briefe. Papierreich, stiftereich. Du hast einen Stift, auf dem man handmontiert ist. Also bitte. Was mir fehlen wird, wäre ein bisschen Geld. Wenn es eins überhaupt schiebt, schiebt es es rüber. Also ich wäre schon fertig damit. Ein bisschen Geld ist ja, ein bisschen Geld haben wir nicht. Ach so. Herz, voll Geld. Okay. Ja, cool. Also, first world problem. Daher, daher leider, um zum Anfang zurückzukommen, leider kein Weekly Elend diesmal. Ich habe aber auch was, ich habe aber auch was über Facebook mitgebracht, wenn ihr das noch haben wollt. Aber eigentlich kennt Adrian das schon. Wir haben ja schon mal festgestellt, dass du Facebook-videosüchtig bist. Facebook. Facebook. Man kann neuerdings nicht mehr den Infinity Scroll bei den Videos benutzen. Wird bloß mal so anbringen. Noch nie benutzt. Dan, 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 dan. Ja, nee, es war doch jetzt vor kurzem Coming-out-Day. Ich habe den Infinity Scroll von Facebook immer benutzt. Oh, eigentlich bräuchte man jetzt diese Musik von der Lindenstraße. Diddl, 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 diddl. Ist die nicht abgesetzt? Jaja, Lindenstraße ist abgesetzt, aber die Musik lebt weiter in unseren Herzen. Oh, wow. Musik. Geht ihr so an, bleibt im Kopf. Schwiedhart. Aber habt ihr mitbekommen, dass Facebook-Krüchten zufolge, wie mit dem Eilappen, einen neuen Namen bekommen soll? Ich finde das lustig. Ja. Wie nennt man das Ding jetzt? Christian Preiss. Was? Oh, aha. Willkommen bei Christian Preiss. Ja, aber sie wollen doch als Meta-Plattform sich entwickeln. Ja, sie wollen ins Meta-Versum rein. Jetzt frage ich mich die ganze Zeit, nennen sich dann Horizon oder Human Trap oder ich weiß es nicht. Wie würdet ihr das jetzt nennen? Außer Christian Preiss. Christian Preiss. Ich weiß nicht, ob sich das durchsetzt. Also ich würde den Laden ganz einfach benennen. Also mein Apple ist besetzt, dann halt irgendeine andere Frucht. Nee, ich habe eine Idee. Liebes Facebook-Team, ich habe soeben euer Namen gerade entwickelt. Und pass auf, euer Name ist ab sofort Soul. Soul? Nee, Soul. Ach, Soul. Soul hätte ich jetzt schon wieder gut gefunden. Na, Soul ist auch eine Kürzung. Steht für? Shit you like. Ah. Ah, schön. Das ergibt Sinn. Also, you mit U. Also für alle Hörerinnen und Hörer, ich weiß, wir haben schon mal über das Meta-Versum gesprochen. Trotzdem, das Meta-Versum könnt ihr euch ungefähr so vorstellen, wie bei Ready Player One, falls ihr den Film gesehen habt. Dann, äh, ungefähr dasselbe. Falls nicht, dann, äh, wie bei Dron, vielleicht für die älteren Hörerinnen und Hörer. Das heißt, Wie würden Sie sehen, wie viele Nerds wir in der Zuschauerschaft haben? Ich hab keine Ahnung. Schreibt uns, wenn ihr wirklich nicht wisst, wovon ich jetzt rede. Ähm, jedenfalls, kann man dann über eine Virtual Reality-Brille in eine virtuelle Realität abtauchen? Kann da Geschäfte führen? Kann sich da ausleben? Kann da Freunde treffen? So all die Sachen, die man im echten Leben nicht machen kann. Kann da ein Unternehmen drin gründen. Also wirklich was ganz, ganz Fanziges und Seltsames. Ähm. Warum kann man im echten Leben keine Freunde treffen? Man riecht's doch, gell? Ja, man riecht's doch. Ähm, und man kann sich da eigentlich komplett neu entfalten. Und jetzt mal wirklich, und das ist eigentlich eine interessante, interessante Chance. Mal Frage an euch beide. Wenn ihr jetzt diesen Neustartknopf theoretisch im Metaversum bekommen würdet, dass ihr es sein könnt, wer ihr wollt, wer wärt ihr? Christian Preiss. Ja, die hat gesagt. Keine Ahnung. Also ich kann mir, ich kann mir das Meta, wie Metaversum, ja. Überhaupt nicht vorstellen. Also ich kann überhaupt nichts damit anfangen gerade. Also du kannst mir wirklich so ein, äh, vorstellen, du setzt die Brille auf und bist dann in einer virtuellen Umgebung, wo du alle anderen Freunde und Menschen und Heinis treffen kannst, die im Facebook, solange es noch so heißt, unterwegs sind. Und kannst mit denen reden, kannst mit denen interagieren, kannst da ein Geschäft aufbauen. Ein bisschen wie, äh, das Computerspiel Second Life damals, nur halt, äh, in Ernst. Und es, momentan, es gehen ganz viele Startups tatsächlich da drauf. Das kriege ich so ein bisschen aus meinem Umfeld mit und investieren da, äh, extrem rein. Gestern habe ich, glaube ich, eine Meldung bekommen, dass irgendjemand, der nur Anwendungen und Sachen für das Metaversum gerade entwickelt, also für etwas, das nicht existiert, kann mir nochmal 5, 35 Millionen Dollar bekommen hat, einfach, weil er gerade sich mit diesem Trendthema beschäftigt. Also, ich muss echt sagen, also gerade ist es für mich noch, ich bin zu weit weg, ich glaube, um was dazu zu sagen, ähm, aber gerade ist für mein Eindruck, gefühlt habe ich ohnehin gerade viel zu wenig Zeit, um mich in der echten Welt zu bewegen, ähm, dann weiß ich nicht, wie die, wie eine Virtuelle auch noch unterbringen soll. Vielleicht brauchst du die echte dann nicht mehr. Ja. Das ist doch gut dann, das ist doch gut, dann lege ich mich in irgendeine komische Schlafschale, wie in, wie in, wie Avatar und Co., lege mich dann einfach hin, zapfe mir Birne an und, äh, und bin dann einfach virtuell unterwegs. Das ist auch okay. Dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Deal. Ja, das ist eine coole Idee, weil du gefragt hast, was ich gern wäre, also, ich glaube, ich wäre wirklich doch eigentlich irgendwie ganz gern ich. Das finde ich ganz angenehm, ich zu sein. Äh, aber ich glaube, ich hätte so ein gigantisch großes Schwert. Einfach so. Ist das jetzt irgendeine Anspielung oder? Webla. War auch mein erster Gedanke, dann dachte ich mir, vielleicht will Adrian nicht mehr, äh, vielleicht ist das Schwert doch stärker als die Feder. Vielleicht dachte Adrian, keine Beschwerdebriefe mehr, sondern geht da dann hin und hack die Bits aus ihnen raus. Ja, ich sage jetzt einfach nicht mehr dazu. Na, Schmarrn, also, äh, weißt du, ich wäre einfach ich, also, ich möchte mich eigentlich gar nicht so ganz viel verändern, weil ich könnte ein bisschen mehr für meinen Bauch tun, aber ich könnte es ja lassen. Und, äh, ansonsten, glaube ich, bin ich da eigentlich ganz zufrieden. Ich müsste mich jetzt gar nicht so verändern. Für mich, das ist jetzt echt ernst gemeint, für mich wäre es ein viel größerer Druck, mich jetzt irgendwie digital auch nochmal neu erfinden zu müssen. Muss ich jetzt was anders sein? Muss ich jetzt keine Ahnung, ja, weiß ich nicht, Extensions tragen oder High Heels, oder muss ich jetzt irgendwie fliegen können und Flügel haben? Also, ich möchte mich da jetzt eigentlich nicht so unfassbar verändern wollen, müssen, dürfen, können, sollen. Vielleicht kannst du aber dein Comedy-Level hochschrauben. Also ich finde, wenn man was anders sein möchte, das bedeutet ja, dann meistens, also alles, was jetzt nicht von Geburt aus vielleicht ist oder so, aber das bedeutet ja meistens, dass man mit irgendwelchen Entscheidungen auf seinem Weg nicht zufrieden war, weil wir sind ja immer, immer die Summe unserer Entscheidung. Oder du willst einfach dein Environment drollen. Ah, so viel Englisch. Vielleicht willst du dich einfach über die anderen Leute lustig machen, indem du so tust, als wärst du was, was du nicht bist. Danke, jetzt haben sie mich am Land auch verstanden. Das ist nicht von dir. Also du meinst, du meinst das, was ich hier ohnehin schon immer mache am Anfang dieser Aufnahmesession, wenn ich als Gerlinde aufschlage, das mache ich dann einfach in größerem Stil. Ja, du hast mich heute irritiert. Heute heißt du Christian und jetzt überlege ich, heißt du vielleicht gar nicht Christian? Ja. Christian ist einfach schon im Metaverse. Ja. Wir sind auch gar nicht da. Vielleicht räumen wir alles. Ich bin so weit von Meta. Wie? Das glaubst du nicht. Wie viel Meter? Fünf, sechs, zehn? Zwei. Zwei, vierzehn. Ich bin zwei Meter. Oh mein Gott. Also ich muss zugeben, mir ist dieses Metaverse wirklich ein Rätsel. Dum, 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 Es ist ja mit der Achilles Ferse schon nicht gut gelaufen. Warum soll es jetzt mit dem Meta? Weißt du, was ich meine? Nee. Was? Also jetzt wird es komisch. Ja, wird es wirklich. Ich glaube, wir kommen wirklich zum Rätsel, weil wir... Stell uns das Rätsel und rette alle vor mir. Ich hätte hier so schön in den Bridge schon kippen wollen. Ich war hier der Bridge-Builder, aber ihr wolltet ja nichts. Das war so der Klassiker für uns in der Band. Tatsächlich kann ich an der Stelle noch kurz ergänzen. Ich habe da immer super, super, wirklich super durchdachte Sprüche und Witze und die Antwort, die ich am meisten höre, ist einfach... Könntest du euch hier auch mal mitbringen. Ja, super Witze, Die Antwort, die ich dann immer höre, ist, ja, ich verstehe seine Witze einfach nie. Ja, ja. Geht unseren Hörerinnen und Hörern auch so. Trotzdem, in diesem Moment, bevor wir zum Rätsel kommen, einen herzlichen Dank fürs uns folgen, fürs bei uns dabei bleiben und ganz ehrlich, das Warten hat jetzt auch ein Ende. Wir haben einen Instagram-Kanal-Namen uns übrigens überlegt, das schon mal als Vorankündigung. Pass auf, pass auf, pass auf. aus der sauteuren Soundmaschine dafür. Wow, 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 wow. Das ist, man hört, man hört die Qualität tatsächlich, es ist, es ist der Wahnsinn. Eine der ersten Soundmaschinen, die damals entwickelt wurde. 1830? Also so klingt es ungefähr vom Sound her, ja. Ja, das waren die Marschstrommeln vom Unabhängigkeitskrieg in Amerika. Bei der Soundmaschine stand nur drüber, Schere, Stein, Papier. Aber jetzt mal ehrlich, wir haben einen Instagram-Channel für euch, computersagtnein.podcast. Er ist noch ein bisschen leer, das gebe ich zu, aber das wird sich ändern. Das Schöne an Instagram, also an computersagtnein.podcast, ein bisschen ungelenker Name, aber leider war computersagtnein schon weg. Das Schöne daran ist, dass ihr uns jetzt schreiben könnt. Das heißt, ihr habt euch bisher nicht getraut, unter unseren YouTube-Videos zu kommentieren. Das macht nichts. Aber jetzt könnt ihr uns, wenn ihr uns folgt, natürlich nur Direktnachrichten senden, könnt eure Fragen an uns geben, könnt Themen mit uns teilen, könnt sagen, bitte hört auf, auf dem ADAC rumzuhacken, oder ich möchte auch einen Brief von Adrian bekommen. Alles ist möglich. Ihr dürft uns übrigens auch auf dem Kanal nominieren für den Deutschen Comedy-Preis. Ja, also liebe vier bis fünf Zuhörende, von denen eine Sarah ist, kommentiert, postet, followt, teilt, shared. Ja. Alles, was hilft, dass wir dann nominiert werden. Wer ist Sarah? Sarah. Sarah hört unseren Podcast. Hallo Sarah. Die Arme. Bist du uns keine Freunde? Oh, Sarah hat viele Freunde. Sarah ist vor allem sehr international. Gerade in Irland. Ist aber Luxemburgerin. Kann Sarah uns irgendwie internationale Sponsoren bringen? Kann sie mal fragen. Ja, das können wir hier machen, wenn du uns zuhörst. Sarah, wenn du uns hörst, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns extrem. Wir freuen uns über Sponsoren. Übrigens auch wieder Gruß an Adrians Mama. Oh ja, stimmt, meine Mama. Gruß an meine Mama. Und Christian? Ah, passe. Warte mal, die heißen alle drei gleich. Gleich heißen die alle drei meine Mama. Ich bin verrückt. Ja, aber meine Mama hat das Internet. Ich habe jetzt vom Christkind eine Packung Internet bestellt und dann kann sie Podcasts anhören. Ah, das wäre gut. Ich hoffe, es gefällt ihr und sie schämt sich nicht für ihren Bub. Das wäre schade. Also mehr als sonst, meinte ich. Das trifft sich wohl. Du, wenn es ist, ich lege nur 100 mit der WLAN drauf. Super, ist gekauft. Okay, Leute. Okay. Das Rätsel. Also, der Rätsel. Wieder ein wunderbares Rätsel von unserer Rätselmeisterin. Und diesmal gehen wir in eine andere Richtung als das letzte Mal. Das heißt, es geht nicht um Grün. Naja, oder vielleicht... 42. Oder vielleicht doch. Man weiß es nicht. Was macht die Strände der japanischen Inseln Taketomi, Hatoma und Iriomote besonders? Was macht die Strände der japanischen Inseln Taketomi, Hatoma und Iriomote besonders? Gut, bevor wir jetzt loslegen. Vorschlag meinerseits. Könntest du die Namen der Inseln vielleicht nicht einfach von vorne nach hinten vorlesen, sondern von vorne nach hinten. Also, in der richtigen Reihenfolge der Buchstaben. Das war nett. Ich probiere jetzt nochmal. Was macht die Strände der japanischen Inseln Taketomi, Hatoma und Iriomote besonders? Besser? Also, ich sage, dass sich der Strand bewegt. Also, der ist mal da, mal wieder weg. Dann ist er viel, dann ist er wenig. Dann hat er komische Farben und so weiter. Nein. Äh, der Strand liegt auf 100 Meter über dem Meeresspiegel. Das könnte ich jetzt nicht bestätigen oder leugnen. Daher sage ich mal nein. Die Inseln sind virtuell. Sind im Metaverse? Ja. Nein. Die Namen klangen jetzt auch nicht so erfunden. Ganz ehrlich. Es klingt nicht so, als ob sich ein Nutzer ausgedacht hat. Okay, also kommen wir wieder zurück zu unserem alten Modus Fragen stellen. Eigentlich müssen wir auch Fragen stellen. Das wäre super. Nicht einfach nur Antworten reinschreien. Also, gibt es die Inseln wirklich? Ja. Haben die Sandstrand? Ähm. Irgendwie ja. Aber interessante Richtung. Eindeutig jein. Also, ja, nennen wir es mal Sandstrand, aber ... Okay. Sind es künstliche Strände? Nein. Sind es natürliche Strände? Ja. Sind es naturbelassene Strände? Ja. Hat es was mit Viechern zu tun? Also, mit Tieren. Entschuldigung. Hat es was mit Tieren zu tun? Ja. Oh. Oh. Warte mal. Sind es ... Äh ... Hat es was mit den Ausscheidungen der Tiere zu tun? Definiere. Äh. Was meinst du? Jetzt fällt es mir schwer, das zu definieren. Kacken die Viecher da und das ist wertvoll. Nein. Sind es ... Erleben da die Schweine, die da immer ins Wasser springen? Die auf den Malediven keinen Platz mehr hatten? Ah, das wäre niedlich. So ein paar Tassenschweine, oder? Nein. Also, es hat was mit den Tieren zu tun. Wer sind denn jetzt die Tiere? Das klingt so, als ob du sie kennen würdest. Ja, wir sind unter uns. Nee, äh, also, hat es was mit den Tieren zu tun, wo wir gerade festgestellt haben, die irgendwie offenkundig wohl an dem Strand leben? Leben da Tiere an dem Strand? Nein. Aber wir haben doch gesagt, es hat was mit Tieren zu tun. Ja. Christian ist dran. Haben da mal Tiere gelebt? Ja. Haben da die Tiere, um die es geht, die haben vor mehr als 2000 Jahren dort gelebt? Kann man sagen, ja. Die haben vor mehr als eine Million Jahre dort gelebt. Ich habe sie jetzt nicht gefragt, wie lange sie da leben, aber sie haben vor sehr, sehr langer Zeit dort gelebt, ja. Also gibt es die Tiere immer noch? Kommt drauf an, wie du geben jetzt definieren würdest. Leben diese Tiere immer noch? Geht es um Fossilien? Ja, sehr gute Richtung. Heute, ich fürchte, das Rätsel wird diesmal sehr schnell gelöst. Es geht um Fossilien. Also wenn du jetzt gesagt hast, die Tiere, naja, das geht jetzt in die falsche Richtung, wenn ich jetzt sage Fossilien und die leben noch, aber. Liegen an den Stränden irgendwie übermäßig viele fossile Fundstücke? Definier mir mal fossile Fundstücke. Ja, dass da halt irgendwie so versteinerte Muscheln rumliegen oder so. Nein. Bernstein. Nein. Öl. Also es ist eine richtige Richtung gewesen, in die du gegangen bist, deswegen wollte ich es definiert haben, aber nein, auch kein Öl. Gas. Erdgas. Da liegt Erdgas rum. Coole Idee. Am Strand. Liegt dann mal ein bisschen Gas rum. Von der Nord Stream 2 sind noch 5 bis 10 Kilometer Rohr übrig geblieben. Die haben sie einfach da hingeschmissen und jetzt liegt sie halt voll. Strand 3, bitte. Könnte ich mir das Gas aufwischen. Ja, seitdem haben die Probleme mit Rucksack-Touristen. Zu allem, was ihr gesagt habt und allem, was ihr denkt, nein. Du bist dran, Adrian. Geht es um sehr große Tiere, die jetzt Fossilien sind? Nein. Erkennt man die Tiere noch, die Fossilien sind? Also wenn du was unter den Mikroskop legst, erkennst du alles. Also nein. Hä? Also ja, ja, jetzt schon. Was? Ja, 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 ja. Also die haben jetzt direkt das Halsband an, aber man erkennt es. Ja. Geht es um Mikroorganismen? Ja. Ich habe einen zu großen Tipp gegeben gerade, es tut mir leid. Ja. Ui, geht es um Euclena viridis? What? Das ist irgendwie ein kleines Tierchen, das Fotosynthese betreiben kann. Total verrückt. Nein. Schau den. Hättest du tatsächlich mal selbst als Rätsel stellen können, was ist... Ja. Zu spät. Ist die Lösung grün? Oder 42? Nein. Ihr seid echt... Eigentlich steht er wieder mal vor der Tür. Warte. Wir kaufen nichts. Also es sind Mikro... Wir haben gesagt, es sind Mikroorganismen. Jo. Sind die irgendwo eingeschlossen? Nein. Also ausgeschlossen. Sind das diskriminierte Mikroorganismen? Nein. Also die leben ja nicht mehr. Das heißt, die sind ja tot. Ja. Tote Mikroorganismen, die nirgendwo eingeschlossen sind. Ja. Freilaufende tote Mikroorganismen also. Ja. Und das an diesen drei Stränden? Ja. Und sonst nirgends? Nicht, dass ich wüsste. Bananenpflanzen? What? Hä? Was? Was geht um Mikroorganismen? Bananenpflanzen? Geht um ein Hörner. Also Bananenpflanzen ist ein Nein, oder? Nein. Gut, ist nämlich Adrian dran. Pass auf, es ist schlicht und ergreifend die Besonderheit an diesen Stränden, dass diese Mikroorganismen halt da rumliegen und die liegen halt da? Ja. Ist das das Rätselslösung? Fast. Fast. Jetzt noch ein Satz. Warum liegen sie da? Was ist das? Ja, weil sie tot sind. Warum liegen die da? Die haben das vor zwei Millionen. Ja, ja, ja. Was macht die Strände besonders daran? Die haben das Handtuch rausgeholt, haben sie da hingelegt, seitdem liegen die da, sind nicht aus der Sonne gegangen, verbrennt, zack, fertig, bumm, liegen da. Fertig. Was macht die Strände damit besonders? Ja, dass alle belegt sind. Es ist doof, aber ich lasse das tatsächlich zählen. Ich lasse das als Antwort zählen, weil alle belegt sind. Wegen dem Wort, weil alle belegt sind. Die Sandkörner der Strände sind sternförmig. Anders als andere Strände bestehen sie nämlich nicht aus Gesteinen oder Mineralien, sondern aus den Überbleibsten von Organismen. Jeder kleine Stern ist eigentlich als Exoskelett kleiner, einzeliger Lebewesen, bekannt als Foraminifera. Foraminifera. Auf gut Deutsch. Auf gut Deutsch, die Leute sind da nicht im Strand unterwegs oder im Sand, im klassischen Sand unterwegs, sondern die treten auf Leichen rum, legen da ihre Handtücher ab und ja, das ist in den drei Ständen der Sand. Hä? Ja. Der ist ja verrückt. Die haben bestimmt was mit dem Death Valley falsch verstanden. Das ist das Besondere daran. Übrigens, könnt ihr wirklich mal googeln. Total interessant. Also das Zeug heißt... Ja, ich schreibe mir die drei Namen gleich auf. Foraminifera. Foraminifera heißen die einstelligen Organismen. Das ist total interessant. Die sind aus wie ein kleiner Stern. Das ist echt hübsch. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Sorry, das ist jetzt aber sehr falsch, wenn die Sterne, die da liegen, alle tot sind. Aber also, mach ja nix. Naja, aber das ist doch das Faszinierende an Sternen, dass wenn wir sie sehen, sie vielleicht schon verglüht sind. Wie die Liebe zwischen zwei Menschen verglüht. Es hat auch was Poetisches und was Trauriges. Ja, also was lustig ist, wäre jetzt noch cool, wenn wir finden für den Namen. Also erstmal vielen Dank an die Quizredaktion. Sehr, sehr geil. Again, what learned. Aber wir brauchen noch einen Namen. Foraminifera. Ja, das klingt gut. Das klingt gut. Alternativer Meinung gedacht, für den Arsch und Technik. Nein, 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 sonst blockt uns Spotify wegen Frivola, Entschuldigung, Ausdrücke im Titel. Infotainment und Standstreifen. Liebe ZuhörerInnen, ich hätte jetzt den Blick von Alex sehen sollen. Ich finde das gut. Ich habe da nochmal drüber nachgedacht und dann Infotainment und Strandstreifen. Strandstreifen ist auch cool. Das finde ich super. Der ist gekauft. Strandstreifen und Infotainment. Oh mein Gott, okay. Warum Infotainment und Strandstreifen oder Strandstreifen und Infotainment? Also ich hätte mit dem I angefangen. So reingefühlt. Infotainment und Strandstreifen. Liebe HörerInnen und Hörer, das war Computer sagt Nein, Folge 14. Infotainment und Strandstreifen. Wie gesagt, ihr könntet es jetzt auf Instagram finden, sonst wenn euch langweilig ist. Ihr findet die komplette Folge nicht nur auf Spotify, Apple, Deezer, Audible, sondern auch auf YouTube. Und ich kann sagen, es wurde ja dann doch noch ein bisschen höflicher, als wir angefangen haben. Daher vielen Dank euch beiden. Vielen Dank dir, Alex. Vielen Dank, Adrian. Und ganz, ganz liebe Grüße nach draußen. Ganz, ganz viele Grüße nach draußen in unsere Zuhörerschaft. Adios. Gute Zeit euch. Und übrigens p.s. Kurzer Nachsatz. Die erste Folge in 14 Folgen, in der uns Adrian nicht die Freundschaft gekündigt hat. Und deswegen kriegt ihr jetzt auch noch einen Tipp von uns zum Abschluss, Adrian. Nachdem du so viel Knoblauch getrunken... Ja, genau. Das, was ich immer mache. Ich trinke immer Knobie Vital. Nein, nachdem du so viel Knoblauch gegessen hast, trink doch Tomatensaft. Das soll helfen, dass es nicht mehr so stinkt. Ja, das eine hilft gegen Vampire, das andere. Da schaust du dann danach aus wie ein Vampir. Leute, macht's gut. Saugt den Podcast auf. Nehmt ihn auf in euch. Und ja, folgt uns auf Instagram. Alex wird euch den... Wir werden den Namen des Podcasts diesmal auch in die Folge reinschreiben. Da habt ihr ihn dann also zuvor sogar schon gelesen, weil ihr ja immer aufmerksam die Podcast-Beschreibung liest. Servus, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Genau, daher einfach den Blick in die Shownotes. Wir hören uns. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns liked. Sonst bis in zwei Wochen wieder. Alles Gute, bye-bye, ciao und servus. Bis zum nächsten Mal.